Willkommen im Kurs, wie designe ich meine eigene Homepage. Ihr werdet nun in der ersten Woche zehn Lektionen euch ansehen und in der zweiten Woche genauso viele Lektionen. Nach jeder Lektion kommt ein kleines Quiz. Nach den zwei Wochen werdet ihr eure eigene Homepage designen und sie hochladen. Wie und wo, das erzählen wir euch in der zweiten Woche. Nun starten wir mit der ersten Lektion, wie funktioniert das Web. Das Internet ist ein Zusammenschluss vieler Computer. Untereinander wird der Datenaustausch über Kommunikationsprotokolle geregelt. Nun ein paar Fakten. 1969 waren nur vier Rechner im Internet. Heutzutage sind es 20 Millionen Webseiten und drei Milliarden Internetnutzer. Doch wie geschieht der Informationsaustausch im Internet? Das Web ist eine Sammlung von HTML-Dateien. Man kann von einer HTML-Datei zu einer anderen HTML-Datei wechseln über Hyperlinks oder von einer HTML-Datei zu einem Bild, einer Musikdatei oder Videobeiträgen. Somit können die Nutzer in diesem Informationsnetzwerk über die Hyperlinks frei navigieren. Genau, diese Dokumente, die werden auf sogenannten Web-Servern gespeichert. Das sind Computer, die immer mit dem Internet verbunden sind und diese sind auch eindeutig identifizierbar. Und einmal als Beispiel, wie man so eine Website anfragt. Also ihr gebt im Browser die URL, zum Beispiel https-doppel-doppel-slash-open.hpi.de-slash-courses-slash-homepage-2016. Das ist die Adresse zu unserem Kurs hier. Ein spezielles Software beziehungsweise ein eigener, dafür vorgesehener Server übersetzt diesen sogenannten Domain-Namen in die IP-Adresse. Das könnt ihr euch vorstellen wie ein Telefonbuch. Da guckt ihr einfach in einer Liste nach. Diese und diese Domain ist jetzt angefragt. Was ist die dazugehörige IP-Adresse? Das ist dann diese eindeutig identifizierbare Adresse, mit der dann der Browser die Anfrage an den Computer sendet. Und der Web-Server antwortet dann mit der Website, die ihr angefragt habt. Genau, das links seht ihr einmal so ein Rechenzentrum. Da sind die Server typischerweise vorhanden. Generell funktioniert das Internet nach dem sogenannten Client-Server-Prinzip. Das heißt, wenn ihr normal im Web unterwegs seid, dann seid ihr der Client. Das heißt, ihr fragt die Dokumente an und der Webserver liefert die Dokumente aus. Der Client, das kann euer PC zu Hause sein, das kann euer Laptop unterwegs sein, das kann euer Smartphone in der U-Bahn sein. Der Server, das steht typischerweise in einem großen Rechenzentrum. Diese Rolle kann sich aber auch ändern. Prinzipiell könntet ihr auch der Webserver sein. Und jetzt nochmal zu den Protokollen, die Lisa eben angesprochen hat. Das Wichtigste ist das IP-Protokoll, das sogenannte Internet-Protokoll. Darüber werden alle wichtigen weiteren Protokolle geregelt und die Grundkommunikation. Wenn ihr zum Beispiel HTML-Dateien übertragen wollt, dann funktioniert das mit dem HTTP-Protokoll, das Hypertext-Transfer-Protokoll. Das ist eben zuständig für die Übertragung von Webseiten. Davon gibt es noch eine gesicherte Variante. Das ist das HTTPS-Protokoll. Das erkennt ihr im Browser an dem grünen Schloss-Symbol. Das sorgt für eine sichere Übertragung der Websites. Und das ist zum Beispiel wichtig, wenn ihr sensible Daten, also persönliche Daten, zum Beispiel beim Bankgeschäften übertragt. Beim normalen HTTP-Protokoll kann das jeder mitlesen, der in diesem Netzwerk sich befindet. Beim HTTPS-Protokoll wird das verschlüsselt. Weitere Beispiele sind dann FTP für die Datenübertragung. Das gibt es auch nochmal in gesichert. Das ist dann SFTP. Und zum Beispiel IMAP und SMTP für E-Mails. Das war's zur ersten Lektion. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder.